Die mir ja auch schon im Hinspiel aufgefallen ist. Schwer zu sagen. Ich habe nur eine interessante, interessant war vor dem Spiel, als ich mir die so angeschaut habe, wie die sich auf dem Platz waren, wie die sich warm gemacht haben. Es gibt immer so auch ein paar psychologische Faktoren, die ja durchaus eine Rolle spielen können. Da habe ich gedacht, die sind hier auf einem Freundschaftsspiel. Da war überhaupt keine Anspannung, da waren nur Späßchen, da war gar nichts. Also du hattest nicht von dieser Mannschaft das Gefühl. Und so tritt sie ja letztlich jetzt auch auf. Dann lass uns mal hoffen, dass sie jetzt mit einer anderen Körpersprache zurückkommen. Vielleicht kann der Kollege Oliver Schmidt das gleich mal beobachten für uns. Zumindest kommen sie, was Valencia angeht, mit einem neuen Mann zurück. Wie erwartet David Albelda.